Mitten in der Nacht um 20 vor 1 nehme ich dieses Video auf. Und damit herzlich willkommen zu den Monat-News Februar 2023. Wir haben vier verschiedene Themen und nicht wundern, ich bin ein bisschen müde, muss sofort eigentlich ins Bett. Ich bin mindestens eine Woche nicht zu Hause, das betrifft die KW8 und somit finde auch mein Kanal Film Relust und Benjamin auch von meiner Seite keine Stream statt. Daher eben der Nico übernimmt die Stream. Der Filmfestival Türkei Deutschland ist bald wieder vor Ort in Nürnberg vom 10. bis zum 19. März. Und ich werde auf jeden Fall wieder vor Ort sein und darüber berichten und mir die Filme in deutschen, türkischen anschauen. Ein bisschen beurteilen, ein bisschen darüber sprechen. Natürlich werde ich nicht alles verstehen, aber wenn da so Interviews kommen oder so, werde ich es natürlich mit aufnehmen. Ja, ein sehr großes Thema LX22, LX19, ähm, muss ich echt wirklich sagen. Ich habe das hier mehrfach an verschiedenen Tade ausprobiert, aber mit LX22, der startet überhaupt da nicht mehr. Ähm, nur bei Stream klickst du auf Starten, er fährt in Kur minimal hoch und dann fällt er wieder ab und dann könntest du das dann das Prozess nochmal machen. Und zum anderen LX19 haben wir das Problem, ähm, wenn ich einen Server aufmache, kommt der Kolide nicht rauf. Wenn der Kolide einen Server aufmacht, komme ich nicht rauf. Und somit ist Farming Simulator, glaub, erstmal komplett gestrichen. Aber das letzte ist wieder etwas Positives. Und das ist Harry Potter Hogwarts Spiel. Äh, ab März werde ich dann, äh, alle zwei Wochen Tag, ja, eben eine kleine Reihe über das Harry Potter Spiel machen. Ähm, da freue ich mich schon sehr. Die Aufnahme startet hier am heutigen Dienstag, wo das Video hier ja rauskommt. Ähm, und somit dauert das dann noch ein bisschen, bis die dann offiziell dann auch auf meinen Kanal kommen. Ähm, aber wenn ihr schon mal was sehen wollt, dann schaut vielleicht am kommenden Mittwochmorgen in den Stream, äh, bei Filmproduktion Benjamin oder beim Kollegen Rolli Kämpfer, wenn er echt das Stream hat. Dann bekommt man echt immer am darauf folgende Samstag ab 16 Uhr auch zu sehen auf YouTube beim Rolli Kämpfer oder bei mir, wenn ich am Montag stream. Und dann sagt, wenn ich, wenn Nico am Montag stream, kommt das sowohl auch bei mir am Montag, äh, an dem Samstag dann so. Okay, das waren hier erstmal die News der Woche. Bis dahin, macht gut, bleibt gesund, wir sehen uns, bye bye, ciao. Ciao.